Hoch-Tief ist für mich die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis. Hoch-Tief steht für Großprojekte und da kann ich mitmachen. Hoch-Tief fördert den Ingenieursnachwuchs und das finde ich super. Hoch-Tief bedeutet für mich sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten zu haben. Hoch-Tief ist ein internationales Unternehmen und ich bin ein Teil davon. Wir bauen die Projekte von morgen, gestalten auch sie ihre Zukunft mit uns. Das Trainee-Programm ging anderthalb Jahre lang und während des Trainee-Programms habe ich mehrere Abteilungen durchlaufen und habe somit Hoch-Tief aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Ich war auf einer Baustelle, ich war im Controlling, ich war im Rechnungswesen und konnte somit ganz unterschiedliche Tätigkeiten lernen und mein Wissen auch somit erweitern. Ich mache zurzeit das internationale Trainee-Programm im Einkauf bei Hoch-Tief und habe dort unter anderem in Frankfurt, Köln und Essen gearbeitet und habe dort die verschiedenen Segmente von Hoch-Tief kennengelernt. Für mich war es auch bei der Stellenauswahl wichtig, dass Hoch-Tief ein internationales Unternehmen ist, weil man da auch die Möglichkeit hat, hinterher seine Fremdsprachen einzusetzen. Das ist schon eher veraltet, dieses Klischee Frauen und Bau und das passt gar nicht. Es ist immer wieder toll, dass man da immer raus auf die Baustelle kann und dann aus diesem Fortschritt das, was man im Büro geplant hat, dann auch tatsächlich dann mal live auf der Baustelle erleben kann und auch sieht, wie das Projekt wächst. Das finde ich sehr gut. Man hat sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten, also man kann andere Abteilungen kennenlernen, man kann andere Länder kennenlernen, man kann sich in großen Projekten selber verwirklichen. Also es ist ein gutes Gesamtpaket. Ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl gehabt, als ich angefangen habe bei Hoch-Tief, weil alle Arbeitskollegen sehr hilfreich waren, mich unterstützt haben und die Kommunikation funktioniert einfach einwandfrei. Es ist egal, ob man Bauingenieur ist, Architekt oder Maschinenbauer. Ich habe auf jeden Fall vor, noch auf große Baustellen zu gehen, eventuell die Baustelle zu leiten oder sogar komplett aufzubauen. Und da bin ich zuversichtlich, dass ich das bei Hoch-Tief schaffen kann. Ich habe nach Beendigung meiner letzten Klausur an der Uni ein sechsmonatiges Praktikum gemacht bei Hoch-Tief in London für den Tunnel unter der Themse. Dort habe ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben über die Stützdruckberechnung in der Tunnelbohrmaschine. Dann war nach Beendigung der Diplomarbeit auch eine Stelle frei in der geotechnischen Abteilung. Auf die habe ich mich dann beworben und wurde auch genommen. Meine Arbeit macht mir am meisten Spaß, dass sie sehr abwechslungsreich ist, dass ich die Chance habe, theoretisch viel dazuzulernen, neue Sachen zu entwickeln, aber auch auf Projekte rauszukommen, vor allem auf Großprojekte und zu erleben, wie es wirklich draußen abgeht. Für mich ist es sehr wichtig gewesen, bei einem internationalen Unternehmen zu arbeiten. Und im Rahmen von zwei Auslandspraktika habe ich tolle Erfahrungen gemacht und werde jetzt für die nächsten fünf Jahre in den USA arbeiten. Ich kann sowohl intim arbeiten als auch eigenständig und ja, das gefällt mir ganz gut. Ob Bachelor, Master oder Diplom – wir freuen uns auf Talente wie Sie.